Bist du ein wahrer Fan der Serie The Mandalorian? Finde es in diesem Quiz heraus und zeige dein Wissen. Lass uns direkt starten. Wie wird das Kind noch bezeichnet? Es ist Baby Yoda. Baby Yoda wird er von den Fans genannt. Wie viel hast du gegessen? In welcher Folge traf der Mandalorianer das Kind zum ersten Mal? Es ist Folge 1. Staffel 1 hat 8 Folgen. Von welchem Planeten stammen die Mandalorianer? Es ist Mandalore. Alderaan wurde vom Todesstern zerstört. Welcher Schauspieler schuf die Mandalorianer TV Serie? Es ist Jon Favreau. Jon Favreau spielte Happy Hogan in Iron Man. Wie lautet der richtige Name des Auftraggeber des Mandalorianers? Es ist wird nie genannt. Grave Kager sagte, dass sie kommen würden. Wie heißt das Schiff des Mandalorianers? Es ist Razor Quest. Tyderium ist ein imperiales Shuttle. Warum konnte der Mandalorianer nicht von Avala 7 starten? Es ist Javas plünderten sein Schiff. Javas Leben auf Tatooine. Wie heißt der Mandalorianer? Es ist den Charin. Er wird auch Mando genannt. Wie alt ist Baby Yoda? Es ist 50 Jahre. Manche Spezies altern anders. Aus welchem Material besteht die Rüstung des Mandalorianers? Es ist Beskar. Kodit stammt aus dem Motu-Universum. Welche bekannte Waffe benutzt Moff Gideon? Es ist Dunkelschwert. Es ist Dunkelschwert. Ein uraltes Lichtschwert und Symbol für die Mandalorianer. Für welchen Feiertag will Mytrol nach Hause? Es ist Life Day. Im Star Wars Holiday Special 1978 wurde der Life Day erklärt. Welchen Spruch sagt der Mandalorianer um den Kodex zu wahren? Es ist Das ist der Weg. Es ist Das ist der Weg. Liebe Lang und in Frieden stammt aus Star Trek. Wie wurde Mando ein Mandalorianer? Es ist er wurde als Kind gerettet und aufgezogen. Die Geschichte der Mandalorianer ist voller Gewalt. Was soll im Kodex mit den Helmen gemacht werden? Es ist Sie sollen niemals abgenommen werden. Es ist Sie sollen niemals abgenommen werden. Der Kodex existierte über 4000 Jahre lang. In welche bekannte Cantina geht der Mandalorianer? Es ist Mos Eisley. Es ist Mos Eisley. Mos Eisley wurde das erste Mal in Episode 4 gezeigt. Was sagt Kuil gerne? Es ist ich habe gesprochen. Er hat ein Leben lang gearbeitet, um frei von Knechtschaft zu sein. Wen trifft der Mandalorianer in der Cantina von Mos Eisley? Es ist Toro Kelliken. Toro Kelliken war ein junger Kopfgeldjäger. Was war Cara Dune vor ihrer Karriere als Söldnerin? Es ist Shark Trooper. Es ist Shark Trooper. Shark Trooper waren Elite-Kampfeinheiten. Wann spielt der Mandalorianer? Wann spielt der Mandalorianer? Wie viele konntest du erraten? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Einmal auf der Halle ist. Es ist froh, dass du diese vor Ort auf dem Spiel zieht. Wie viele Conntälen haben? Nämlich. Die Feins in der ruthenheit ist ein permissioner.